Ein Killer versetzt die Bewohner einer Kleinstadt in Angst und Stärkung. Junge Anhalterinnen sind seine Opfer. Keiner kennt seine Identität, nur ein Polizist ist ihm auf den Fersen. Was wissen Sie? Naja, dieser Typ muss stark gewesen sein. Er hat die Leiche etwa acht Meter weit über den Abhang geworfen. Sonst noch was? Doch je näher der Gesetzeshüter ihm kommt, umso mehr beginnt der Mörder mit ihm zu spielen. Bitte schickt jeden verfügbaren Wagen auf Highway 101. Sammelt sämtliche Anhalterinnen ein. US-Horror-Thriller von 1978 und die leider einzige Regiearbeit von Jeremy Holmack mit James Luisi aus Murphys Gesetz und John Carlin aus der Serie Cagney & Lacey. Doc Reiter Doc Reiter Doc Reiter Doc Reiter Doc Reiter Doc Reiter Doc Reiter